Hallo ihr Lieben, das ist eine weitere Folge von ARK. Mit dabei ist der Onkel. Ja, Hallöchen. Und der Surgeon Gaming. Ein freundlicher Salud meinerseits. Der immer das Gaming sucht. Was Surgeon heißt eigentlich? Suchen. Okay, und jetzt geht's auf, ja, so ungefähr auf 8080. Äh. 8080. Nett. Irgendwer hat ein Level bekommen. Hört ich nicht. Mein Piep war, aber ich kann nicht skillen. Doch, jetzt kann ich. 8080, da geht's jetzt hin. Also auf die Wüsten, auf den Füsten-Priom. Und wir haben immer noch keinen Drachen gefunden. Ich glaube, wie gesagt, äh, Aua. Dass wir auch keinen finden werden, also. Ich glaube, da wird Satzchen bestimmt sich nochmal bemühen und wird noch suchen. Ich kenne das. Auf jeden Fall. Ich kenne das. Und dann werden wir nochmal so eine Tour starten. Schade. Eigentlich wollten wir heute eine Drachen zähmen, aber. Also diese Session heute. Also gestern, vorgestern, vorvergestern, vorvergestern, vorvergestern. Aber. Ja. Der mag uns nicht. Scheißen Dreck. Aber vielleicht, wenn man einen Giganto oder so. Ich will gerne einen Giganto. Jawohl. Nur weil er dich zum Fressen gerne hat. Ja. Ich will uns keinen Pony hoch. Ja, ja. Und ihr kackt dann alle, ihr kackt dann alle rum. Ihr kackt dann alle in Satzchen an, wenn du, wenn du Basis zerstört hast, zum Beispiel. Dann kackt dann an. Ja, hättest du leider die Giganto. Oh, was war das jetzt? Solange es einen Schuldigen gibt. Na gut. Onkel, du hast was Wichtiges vergessen. Ich habe was Wichtiges vergessen. Warte, ich muss noch mal schnell landen. Ja, ich muss schnell landen. Hm, genau. Was dann? Unser Special Guest, der später zu uns stoßen wird. Richtig. Ja, könnte das bloß sein. Aber Dynamo ist ja, Dynamo hat ja angesagt, warum ich? Naja, ist ja noch nicht klar, aber komm, wir sind ja im Moment, ist ja noch nicht mal im Spiel drin. Kann sein. Was heißt Special Guest? Also es kann sein, dass gleich, also es wird sein, dass in der Aufnahme der liebe Nero mit der Zustimmung, also so Special ist es jetzt auch nicht. Also es ist schon Special, aber ja, das war jetzt gemein. Das war jetzt ein bisschen unter die Gürtel-Linie. Nein, das stimmt nicht. Alter, wir haben gerade Wölfe, irgendwas zerfleischt. Gucken wir mal, was in dem roten Licht ist. Nein, das muss ich schon gucken, da ist noch Wölfe. Da sind fünf an der Zahl. Denkst du es ja ab? Und ein Rexymexy kommt zum roten. Na super. Na den denke ich nicht, ja. Ist nun zweier, ist easy cheesy. Locker flockig. Hm. Einjewoll. Alter. Ich kreie mir die anderen. Ja, kommt. 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 Kommt zum Onkel. Kommt zum Onkel. Warum zu mir? Ja und? Jetzt? Toll. Ja, kommt. 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 Gut. Ja, sie sind jetzt. Die sind bei mir hier. Da ist noch ein Wolf beim roten. Ab wie viel Level ist denn das rote eigentlich? Ich habe mich gefangen. Jetzt kann man doch nicht mehr öffnen. Fuck. Ich mache das mal, ne? Machst du holst dir einfach russendrin. Kommt. 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 Du hast doch schon Geschmack an mir gefunden. Kommt. 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 Nein, ich muss erst mal landen, aber nicht hier bei den Würfen. Logischerweise. Mach dir jetzt mal auf. Ich bin Level. Ich bin Level 40. Wann ist rot? Rot ist Level 60. Ehrlich? Ja. Ja gut, können wir es knicken. Gut, dann weiter zur Insel. Fliege ich jetzt überhaupt richtig? Das zweite Mal, dass ich so ein rotes Teil mal gesehen habe. Kann ich es nicht öffnen. Ich hoffe, ich fliege richtig, aber ich muss mich mal kurz absetzen. Da bei der Insel kommt ein Airdrop runter. Eieieieiei. Da, wo die vielen Mammuts sind. Da bist du richtig dann. Was? Da, wo die vielen Mammuts sind. Aha. Ich kann wieder nicht zwischenlanden. Gibt es ja gar nicht. Obwohl, hier kann ich mal schnell zwischenlanden. Jumai hat mich jetzt irgendwas angegriffen. Da, ein T-Rex. Da, wo die Wölfe. Hier kommt eine Wolfshärte angerannt. Ich würde mal ein bisschen losgehen. Danke. Fuck, weckle es ab. Boah, scheiße, ey. Das habe ich den übelsten, übelsten Vieler das Ding gekostet jetzt. Boah. Ich habe die nicht gesehen, die Wölfe. Ich habe es dir gesehen. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Ja. Oh, fuck. Und das wollen wir jetzt alles erkunden, Freunde. Aber das ist doch ziemlich heiß, oder? Ja, ein bisschen warm ist es. Müssen wir uns jetzt nackig machen? Nee, müssen wir nicht. Wenn wir aber. Oh, yeah. Ja, ich fliege schon mal zum Drop. Da ist doch auch wieder ein Roter. Aber mit dir wisst du, wo ich bin. Ach so. Gut, okay. Aber so weit habe ich jetzt nicht gedacht. Aber währenddessen gucke ich links mal. Vielleicht finde ich da ein schnuckeliges Dinochen. Okay. Gucken wir schon mal. Hier sind Rottertrops. Hier unten auf den Inseln. Wow. Ah, viel gut. Fuck. Boah. Geht's gleich runter, Alter. So. Ich habe mir mal vorsichtshalber die Wasserflasche. Also zum roten Airtrop wollte ich ja. Jo. Da will wir uns, glaube ich, treffen. So warm ist hier gar nicht. 23 Grad. Drück mal H und lest diesen Text durch. Habe ich ja auch gerade gesehen. Ist it warm hier? Oh, it's me. Sehr schön. Ja, da unten. Da kommen die Raptoren rumgerannt und reingeruckt. Was? Geht's gut. Waren wir weiter? Geht's jetzt. Wirst du noch kurz jetzt. Wollt ihr mich verarschen? Ich warte noch auf dich. Ich fliege doch schon. Stoppione. So weit wie das Auge reicht. Wundervoll. Was seht ihr? Boah, jetzt ist er schon wieder weg. Da. Ja, ihr erkunden hier jetzt mal komplett den Wüstenplanet. Vielleicht finde ich hier einen Drachen oder einen Rex oder einen Giganto. So ist das Fall. Warum ist denn das Essen heller als der Rest? Das kann ein Bug sein, eventuell. Na, dann kannst du scheißen wieder, wenn es hell ist. Man kann nicht scheißen, hast du? Du bist schon ready to pack. Jetzt. Okay, gut, weiter. Och. Aber hier drüben gibt's ja gar nichts weiter als Skorpione, wie ich das jetzt sehe. Ein paar Raptoren da hinten. Der fliegt. Ja, aber Piepswetze. Das ist wie alles gestürbselt, ja. Boah, Alter. Ja, wo du sagst das? Und die Flamme ist am Bildschirmrand. Krass. 41 Grad. So hot right now. Ich hab hier 27. Bei mir sind's 47, ja. Sweet in balls tittern. Oh Mann. Ich flieg mal hoch auf den Berg. Über den Wolken. Ja, ja, ja. Oh, ich müsste mal landen, anscheinend. Geht mir grad genauso. Ja, darf ich nicht. Der Berg sagt, ich fall runter. Wenn der Berg das sagt, dann wird stimme. Du greifst mich mal nix an, obwohl ich stehe. Ready to poop. Okay, hier oben ist auch nix. Es ist langweilig hier das. Man hat wohl so übelst geilen Ausblick über die ganze Insel. Die anderen Inseln. Oh, hier gibt's auch Löwen. Achso, wir haben Säbelzahntiger. Ich knette mal die Gräfe an, die das zu warm. Die Texte sind lustig. I should have broke Diodorant. Ich glaube, wir brauchen keine Ahnung, was er da sagt. Das war's mit Dio. Oh, jetzt muss ich aber wirklich landen. Wie probt der AC? Ach du Scheiße, ich brauch Fleisch. Hat jemand Fleisch mit dabei? Ja. Weil mein Dino verhundert gerade ein bisschen. Achso. Für Dino? And maybe Suncream. Ich mein rohes Fleisch für den Dino. Habe ich leider nicht. Wir meinen verhundertgleich. Aber wir können ein paar Viecherplatt machen. Fünffleisch habe ich nur noch. Scheiße, noch ein paar Viecherplatt. Mit dem Vieh kann ich nix reißen. Skorpioner. Nein, die Essensansage von meinem Dino ist leer. Lalalala. Hör mal, mein Dino hat auch ein bisschen ein kleines Fingerchen. Ich glaube, das will er nicht. Ich fliege mal zur anderen Insel rüber. Vielleicht gibt es da ein bisschen. Aber jetzt fängt er langsam an rot zu sehen. Hier haben wir einen Kano. Den kriegen wir locker down. Dann hast du hier schon recht. Ich habe einen Sabatuf gekillt. Oder vielleicht. Das Problem ist, dass dieser scheiß Dino hier nix aushält. doch einmal landen. So, hot right now. Komm, gib mir was zu fressen. Oh. Warum spawnen denn hier ein Viehzeug? Gibt's doch nicht. Auf welcher Seite jetzt seid ihr immer noch auf der Wüste oder gegenüber? Nein, ich bin nicht mehr. Ich bin immer noch der Wüste. Also, was sich hier Lungöl wären halt Skorpione, Kanus. Ebelzahn-Tiger. Ja. Die auch für. Scheißdreck! Ach ja. Uwi Raptor. Uwi Raptor. Das war ziemlich schnell. Nicht baumfällen. Uwi Raptor killen. Hier ist er weg. So, wollen wir uns den Kanu da hinten schnappen? Rechts. Ja, hier. Komm mal. Versuch. Ja. Ach Gott, verdammte Scheiße. Muss ich wieder landen. Hammer. Dann hab ich wieder 20 vielleicht. So. Ja, wollen wir den Onkel wieder suchen? Mal wieder. Hinter uns zu Skorpione. Oh, die snacken? Ja. Schön ist das ein Dino-Flairblatt. Ja, wir sind so auch für den. Er hat Fleisch. Der kommt dann. Ja, ich hab hier ein bisschen. Dann lass uns jetzt mal Onkel suchen. Für Fleisch. Fress dich voll. Oh, schau da alle. Gibt's ja gar nicht. Oh, nein. Nein. Dynamo. Stehen bleiben. Sofort stehen bleiben. Wir haben was. Ja. Hallo, Baby. Hallo. Das sieht aus nach einem Ja. Baby. Bei Wild Female Giganotosaurus. Ne. Wurden da. Wurden da. Hallo, Baby. So, erstmal Narko-Pfeile geladen und Feuer. Willst du jetzt wirklich versuchen zu tamen? Können wir anfangen, ne? Wie viele Narko-Pfeile hast du? Äh, es geht. Ja, juck. Den interessiert das nicht, dass ich drauf schieße. So, als ob der seinen Schwanz hat. Welches Level ist denn da Giganotor? Zwei. Na, das geht ja. Witzig, ich sehe nix mehr. Wie den noch Esschatten. Ich versuche immer zu ziehen, aber allgemein zu finden. Achso. Der ist richtig anseinflößend. Alter, ich sehe nichts. Können wir mal eine Fackel anmachen oder so? Habe ich doch. Ich sehe gar nichts. Kannst du mit, die noch ihn suchen? Den Giga? Eine vergesse ich vor uns sei da zerbrochen. ich höre ihn und das macht mit Angst. 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 So, jetzt kann man wieder ein bisschen machen. Warum stell dir eigentlich das Gamma nicht hoch? Fällt mir gerade mal so ein. Wo kann man das in der Konsole und Gamma drei. Gamma Leerzeichen drei. Rettet bitte meine Sachen. Ich weiß ja nicht mal wo ihr seid. Die Ebene. Wahnsinn. Die Ebene. Ja. Beim Giganoto. Was soll ich denn sonst sagen? Giganoto-Level 2 begegnet. Am besten nicht beißen lassen. Das war ein Biss gewesen. und war tot samt Vogel. Ja, den wollt ihr in unser Lager reintun und dann dreht er durch und macht ein Biss und das Lager kaputt. Clevere Börschen. Mann. Ja. Ich flieg hier rum und such die Scheiße. Ich find's nicht. Keine Ahnung, wo wird ein Zleicher sein. Ich find's relativ bei 80-80 ja so 80-78 wenn ihr das hilft, danke. Das ist mir das Zeichen bei mir. Okay. Bist du aus Versehen das Vieh reingeflogen oder was? Äh, ja. War dunkel und hat ihn gehört, ist hingeflogen mit seiner Fackel und da kam er aus der Dunkelheit und hat's gemacht. Und er war tot. Ah, Schatten. Ja, ich komme gleich dahin. Sammle bitte mein Kram ein. Ich hab keine Ahnung, wo der liegt. Ich weiß, wo der Giganoto ist, aber den Sack weiß ich nicht. Ah, da haben wir Rüstung. Soll ich den schon mal anschießen? Ja, einfach drauf. So. Ja, Freunde, ich kleide mich hier gerade jetzt etwas mal ein. Was sind Handschuhe? Ne, Handschuhe hab ich. Ruhe und Oberkörper baue ich noch. Das Gamma kann man jetzt endlich wieder runter schrauben. Oder? Okay. Okay, ich muss weg. Fliege jetzt! Fliege! Nein! Oh, da wird einer gleich böse sein. Ach, du Scheiße! Muss ich Gamma 1 haben, oder was von Gamma muss ich haben? Ich hab normal 2.2 Ehm, wie kommst du da jetzt eigentlich hin? Äh, mit einem Vieh. Wie? So, bei Onkel weiß ich jetzt, wo der Rucksack ist. Oh, wie, 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 du kommst da, dann müsst du mich mal bitte mitnehmen. Ähm. Oh, Scheiße. Das geh ich bestimmt mit Nährungsstress, das steht da unten. Oh, das geh ich bestimmt auf die Fresse. Ich versuche, deinen Rucksack zu holen, Onkel, weil der Diganoto zieht hier seinen Kreis und ich will meinen Fluchtdinosaurier jetzt nicht unbedingt verlieren. Du kannst ja Flipper nehmen, Onkel. Du kannst ja Flipper nehmen. Alter. Du kannst mich doch mitnehmen. Äh, ich gehe mit meinem, äh, mit Sakko los. Ja, kannst du irgendwie die Sachen einsammeln, weil die sind ja dann bestimmt weg. Was suchst? Wie gesagt, ich bin aber jetzt sehr vorsichtig. jetzt entfernt das sich wieder ein bisschen. Aber ziemlich schnell gewesen. So. Natürlich für mich ist es wichtig, diese komischen Darts zu haben. Es tut mir so leid, Nero, es tut mir so leid. Darts kriegt man ja von richtig. Scheiße. war nur ein Scheiß, wie hießen die Fiecher? Giganto. Okay, mit was mache ich los? Mit Flipper sagst du? Ja. Natürlich zu Fuß, bist du bescheuert. Flipper, hier. Warum kann ich mit dem jetzt? Weiße Richtung. Echt? Okay. Da lang oder was? Ja. So, ja. Super. Wir müssen aber Partner stoppen, meine lieben Freunde. Ja. Okay, dann machen wir Dynamo. Ja, also würde ich aufnehmen, würdet ihr mich jetzt als einzigsten Überlebenden hier noch sehen. Ja. Aber wir haben trotzdem viel entdeckt, wollte ich mal meinen und war eine gute Folge, Auf jeden Fall. Ja. Wollte ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschaußen. Tschüss.